da werden wir auch wieder mit unserem resident evil let's play classic vision und die ist immer noch bei mir der junge hübsche andreas und wir spielen immer noch wie sie sehen sind wir jetzt hier wieder im lager werden gerade abgespeichert und jetzt gucken wir mal was die zombies so sagen und ob wir das hochwertige rätsel von den drei verschiedenen wappen die uns noch fehlen lösen können ja genau ich würde sagen schön noch einen wappen sammeln noch ein zweites und drittes und dann geht es ab in den garten schul doch eine waffel da unterwegs oh ja war super da freue ich mich schon drauf schul ist bei booh der schild auch schon wieder der trocken der trocken nicht mit uns er kotzt er kotzt mich an er findet die alle zum kotzen und er ist noch nicht mal platt er steht noch mal wieder auf das ist noch einer ja es ist manchmal schwer das ist natürlich nicht ganz einfach nur weil es alte das heißt und damit ist es auch automatisch leichter ist das ist richtig das erinnert mich gerade an den den remake teil von resident evil wo wir vielleicht auch noch mal einen blick reinwerfen werden den habe ich noch gar nicht gespielt das wäre nochmal der kam ja ein paar jahre ist natürlich verbessert das ganze ding nochmal als remake neu aufgelegt vielleicht machen wir noch mal eines tages ein let's play resident evil Remake Edition. Ja, das wäre gut. Wäre ich auf jeden Fall weit. So, die Zombies sehen natürlich alle groß aus. Kommt mir nicht. Jetzt fällt er weg. Die Mobbiedesigner nicht so wirklich ließ, sie was einführen zu lassen. Ja, wir dürfen uns nicht bestrehen. Das ist von 96. Und wenn es da drei verschiedene Zombietüten gab, dann waren wir schon zufrieden. Richtig. So, ich benutze erstmal das First Aid Spray, was unsere HP wieder auf voll Maximum beschleunigt. Denn der Kollege hat uns ja doch schon gerade ein bisschen eingefressen. Ja, richtig. Hat er aber nicht nur mal gehabt. Ja, ein bisschen Fleisch muss sein. Ich sag ja, Steak ist natürlich immer noch eine Sache. Oh, hier. So, wo sind wir denn hier? Wieder ein weiterer unbekannter Raum. Es ist aufgeräumt hier. Klar. Das Buch können wir noch mal schnappen. Was ist also unauffällig? Was liegt denn da im Raum? Botanik, die oder medizinische Kräuter, oder? Ja, 100%. Den ganzen Dunst werden uns jetzt nicht durchlesen. Nee, sicher halt nicht. Aber vielleicht wird es ja später noch mal bei irgendeinem Rätsel behilflich sein. Vielleicht muss man ja irgendwann nochmal Rätsel lösen mit irgendwelchen Pflanzen. Ja, richtig. Weiß man alles nicht so genau. Hier noch irgendwas, nichts Ungewöhnliches. Alles genau. Da kommst du her, genau. Da noch nichts Ungewöhnliches. Ich sag das jetzt so, weil wir einmal im Kreis gelaufen sind. Also von daher, da würden wir da rauskommen, wo die Treppe ist. Da wollen wir erstmal nicht hin? Nein, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir ja erstmal die schönen Zombies... Wir müssen ja immer noch auf der Suche nach den drei... Können wir uns ja nochmal überlegen. Hier war die erste Tür. Richtig, genau. Rechts müssen wir noch... Hier war aber noch ein Button. Ja, aber da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Da hast du ja gar keinen Schlüssel für. Dann müssen wir uns ja erstmal schön in die Schlüssel besorgen. Das ist fest verschlossen. Rüstung, genau. Die Rüstungsschlüssel können wir uns gleich unten holen. Da steht doch schon der nächste Kollege. Oh, oh, oh. Ja. Verloben. Ich weiß noch, wo wir uns den Schlüssel herholen können. Gleich in... ...nächsten Atemzug. Einfach. Ja, ist er tot oder? Ja. Ne, ich glaube er ist noch nicht. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Ne. Mach da so zwei Zockern. Ich bringe gleich keine Munition mehr, ne? Oh, stimmt allerdings. Nur mal so nebenbei. Ja. Sieben Schuss. Ja, zehn Schuss. Wir wissen jetzt schon... Ein Zombie kriegen wir damit noch hin, aber... Das ist immer alles. Bist du hier rein? Nein. Nein, geht gar nicht. Der ist in der Haar. Der ist im Himmel. Der.. Da ist der Pumproot. Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, oh, die Partenhaus. Wie ist das? Was ist ein Webtin, sagt er ja jetzt? Ja, die Vortrhyme. Zu gut für ihn, ne? Ja. Leider geil. Geil ist geil, aber nicht für Barry. Barry ist auch schon ganz cool. Sehr schön. Let's separate. Der typische Spruch eines Horrorfilms. Wie soll man dann auch zusammenbleiben? Wenn alle sterben, irgendwann herum, kann man nicht so überkrennen. Ja, die Überlebenschancen sind für jeden 50% höher. Im Rudeljagen macht ja auch keinen Sinn, weißt du? So rein nach dem Motto. Boah, schöne Säurepatronen, die sind ja auch geil jetzt. Da können wir uns eigentlich mal irgendwie... Aber wir müssen aufpassen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese... Dass wir die Bazooka mal aufschonen. Ja. Die über die Schrot wegknallen, anstatt die Bazooka. Aber wir müssen mal den ein oder anderen Zombie umgehen. Hm. Naja. Oder was sagst du dazu? Hm. Schlechte Idee. Also jetzt sowieso. Erstmal, wenn wir ja zur nächsten Kiste müssen, dann müssen wir erstmal die Schrot rausholen. Ja, wir müssen doch vielleicht die Schrot wieder benutzen. Munition brauchen wir, ja. Ja, irgendwie ist das nicht doch... Oh nein. Okay. Hier haben wir jetzt nochmal... Oh, Raum und Blut. Hier haben wir alles schön drauf gewollt. Schön auf der Dachterrasse. Jetzt ab hier. Ist natürlich schon befragwürdig, wieso die ganzen Räume alle so kniebel sauber sind. Wohl. Hier liegt der erste Stuhl schon mal angefangen. Oh, wie Knarre ohne. Dachterrasse. Hochwertige Panoramablick. Auf Rekord City. Okay. Wow. Es ist Forest. Er wurde von den Krähen zu tun wird. Er wurde von den Krähen zu tun wird. Ja. Aber jetzt kommen wir an. Einverstanden. Nichts wie raus hier. Bazooka nimmt natürlich mit. Ja logisch. Können wir vielleicht noch mal gebrauchen? Bazooka. Also die Waffen haben sie ja nicht gespart. Ja. Von der letzten Let's Play Show schon die Stromfinde gefunden. Ja. Nur die Munition ist irgendwann mal. Das ist schon knapp, wenn man nicht von Anfang an daran arbeitet. Erstmal die Munition zu verbrauchen. Womit man jetzt leichte Gegner wie die Zombies platt machen kann. Das ist eben halt das Problem. Da muss man ganz, das ist ein ganz klarer Spieletipp würde ich sagen. Wenn ihr gleich die Bazooka verballert und alles, dann ist Feierabend nachher. Oder es wird nicht leichter, sondern erstmal so. André aus Weisheiten am Abend. Können natürlich jedermann. Wollen wir da schon reingehen? Oder? Wir sind ja auch zwei Zombies. Ja gehen wir zumal rein da. Ich bin ja dafür bekannt, dass meine hochwertigen Spiele fertig halten, die den ein oder anderen nochmal überwältigen können. Wieso brauch die mit dem denn noch? So den knall ich jetzt nochmal von mir. Ja klar. Wollen den einfach nicht. Die trinken sie dann so lange aus. Das ist ja eine Statue. Ja ganz komischerweise steht doch unparzt. Das ist aber schon bestgegen da. Der hält natürlich mal jedes Außergewicht. Ja dann werden wir noch Runden da angekommen. Der ist bestimmt bokeh. Jetzt müssen wir sehen. Oh der ist tot. Ja. Also hier haben wir ein Loch. Da ist eine Statue. Und da oben sehen wir irgendwas Blaues blinken. Kann man sich ja vielleicht schon denken. Ich weiß nicht. Für was? Was denn da mitmachen? Ja. Aber genau. Warte noch ein bisschen ab. Oh. Oh. Falsche Richtung. Komm her. Komm her. Komm zu Papi. Wie viele Monizone heißt das noch? Fünf Schuss, zwei Schuss. Komm zu unten. Komm zu. Das ist zu wenig ne? Ein Schuss. Oh du la la. Ein Schuss. So ne Sache. Der Super ist natürlich für einen Zombie ziemliche Verschwendung. Ja. Mehr als das. So jetzt kommt er aber hier. Sein Stroh ist Verschwendung. Ja da. Richtig vorne. Wie gesagt. Er kann seine Arme gar nicht mehr nach unten halten. Wofür Hunger werden. Kann er ja schon wieder in der andere Richtung haben? Nö. Jetzt kommt er aber hier schon stark überlegen. Jetzt haben wir die Zombie endlich gelockt. Siehste. Wer ist da schön gegen die Wand dahinten? Ja da ist. Von unten noch nicht klar. Ja. Ja. Schöne Doppelketten. Bisschen voll. Ja. Das ist ja schon der erste. So viel Faulklos Kurobao trunken. So da unten ist jetzt. Irgendwas. Irgendwas. Blau wird fast. Achtung. Achtung. Aber wir gehen natürlich erstmal in die nächste Tür bevor wir uns dem Blauen widmen. Ja. Schön. Aber die ganze Zeit schon. Ja. Hier guck mal. Da ist die. Uhr. Genau. Ich glaube die Uhr kannst du. Die kann ich nicht verschieben. Nein. Genau. Das war wegen dem Emblem. Genau. Das Emblem muss getauscht werden. Das könnten wir eigentlich nicht gleich nur machen. Weil da sind auch wenig Zombies. Kann man das jetzt schon machen? Ja. Ja klar kann man jetzt schon machen. Aber du brauchst den Schlüssel für den anderen Raum. Dann machen wir vielleicht. Aber hier ist auch noch eine Zombie. Warte aber. Oh. Oh. Da kommen wir jetzt gar nicht durch. Flit. Gehen wir mal irgendwo unten. Unten könnten wir beide laufen. Ne. Komm wir machen den nehmen wir noch mit hier jetzt. Ist egal. Die beiden. Die beiden dann. Dann können wir dann ja hier eins durchhaschen. Warte aber ab. Die müssen ganz nah an dir dran sein. Dann fetzt der Cop Man. Ja. Das ist nämlich auch so ein Tipp. Wenn die ganz nah dran sind. Auch mit der Schrot. Wenn die ganz nah dran sind. Brauchst du nur ein Schloss anstatt zwei. Oder drei. Aha. Oh. Sauber. Da ist natürlich alles von ihm gefetzt. Was nur weggefetzt werden kann. Da ist noch einer noch. Wunder. Da. Ja. So cool. Der wollte noch kotzen. Aber. Das konnten wir gerade noch so verhindern. Jetzt wenn unten noch einer sein sollte. Brauchen wir nicht mehr uns um den kümmern. Weil. Unten ist nämlich dieser Raum wieder. Ne. Ist jetzt verschlossen. Und da hinten ist ein Zahlenstraß. Ein Coach. Den du drücken musst. Aber den haben wir ja noch nicht. Und wenn du jetzt nach unten gehst. Kannst du am besten gleich rechts gehen. Schön in die kleine Truhe. Könnten wir wieder Munition rausholen. Und die Schrotflinte. Ja richtig. Und dann können wir die Versuche halt weglegen. Und die kommen wir gar nicht erst in den Versuch hoch. Schrotflinte ist ja doch schon ziemlich krass. Im Gegensatz zur Pistole. Hier sind überall Zombies. Überall Zombies. Da fragt man sich wo stehen doch die Zombies in Directors Card Edition. Ja. Richtig. Das stimmt. Was für Hartgüter. Abgesucht. Zum Beispiel da wo wir die Schrot her haben. Normalerweise sind da zwei oder drei Zombies drin. In dem Raum. Da fängt das schon an. Hier sehen wir ein Farbband. Und. Boah. Das müssten wir im Moment nehmen. Schönes Farbband. So. 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 Hier haben wir keine. Auf dem Bett vielleicht ne? So. Dann müssen wir erstmal mit klarkommen. Auf dem Bett vielleicht. Irgendwohin da noch. Gucken wir nochmal auf dem Bett. Ja. So. Dann wieder nochmal an die. An die Truhe. Also. Hier ist natürlich. Auf dem Bett musst du irgendwo. Ne. Da war nur das Farbband ne? Genau. So. Weiter geht's. Gut. Dann kannst du ja jetzt erstmal. Äh. Die beiden Jungs da. So hochwertige Chillmusik auch. Wenn wir in so die Speicherraum reinkommen. Soll ich die beiden Kollegen hier jetzt mal einen hohen Weg geben? Ja. Logisch. Was weg ist es weg. Dann haben wir nachher keine Probleme mehr. Ein halb ist ja auch rausgeschmissenes Geld. Ja richtig. Entweder ganz oder gar nicht. So. Ist er schon da genug? Ja. Ja. Sauber. Geil. Jetzt war aber ein bisschen zu nah. Ja. Jetzt ist es aber zu weit weg. Jetzt ist er nah genug dran. Schieß doch mal. Was ist los da? Ich wollte doch nochmal. Ja. Das ist natürlich jetzt der Fehler. Doppel und Dreifache. Ja jetzt hau rein. Ja. Sauber. Ja. Achtung. Achtung. Fertig los. Weiter geht's. Jo. Auf jeden Fall. Den umgeben wir jetzt nochmal ganz schlecht. Bist ihr sicher? Ja. Oder was halt. Fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Haben wir schon fast drauf eingestellt. Da müssen wir natürlich ein bisschen Munition sparen. Falls wir gleich nochmal an den Punkt angelangt sind. Wo wir nicht unbedingt schnell wieder an den nächsten Mann kommen. Oh. Hau den weg. Hau den weg. Hau den weg. Hau den weg. Und kurz bitte. Einmal kurz. Eine kleine Session nach rechts bitte. Ja. Und geradeaus bitte. Weil da können nämlich gleich die Chemikalien loswerden. Richtig, den ersten schönen Raum. Und was bekommen wir gleich? Ne? Was bekommen wir? Einen schönen Schlüssel. Wir wissen es nicht. Was bekommen wir gleich? Wir wissen es nicht. Oder wissen wir es nicht? Ja, ein Schlüssel. So, was ist... Ah, hier, die Pflanze. Da ist ein... Leider nicht rüberlatschen. Wir würden uns bestimmt filmen. Was ist hier? Die Wasserversorgung. Richtig. Wir würden bestimmte Chemikalien reinküppeln, um die Pflanzen zu töten. Und somit haben wir auch gleich wieder unser... Problem... Mit der Naht, mit der... Mit der wenigen HP. Genau. Oder was. Oh, da liegt ja was Regels an Pflanzen rum. Ist ja auch ein brutalischer Raum. Das war genial. Das ist natürlich... Das ist rein für uns jetzt hier. So viel können wir dann aufnehmen. Ne. Das ist wirklich... Da rumliegt. Da können wir ja mal einen Mix machen zwischen Rot und Grün. Und uns das mal reinfalten. Die sind ja schon ein bisschen eine Kameras für uns. Den ganzen Scheiß. Können wir das erst? Ja. Ja. Das würde natürlich auch erklären, wieso es die Leute da besser gehen würde, wenn sie die Blüten fressen. Ja. Richtig. Der bringt auch Vorrat. Ja. Also Drohnen ist natürlich... Das müssen wir unseren... 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 Zuschauern müssen. Oder mal wirklich ans Herz nehmen. Also Drohnen. Ob das Alkohol ist, Zigaretten. Das fängt schon beim Kleinen an. Ob das Zigaretten drin ist. Ich bin mal eine Wochen. Ja. Ihr geht beide rauchen. Ja. Und ich werde derweil... Weiler kombinieren. Ja. Noch ein bisschen weiter... machen. Die Stärke... Die Stärke... Die Stärke der Pflanzen wird verstärkt, wenn man die misst. Und das Dreifache oder was? Ja. Und hier können wir erstmal die Pflanzen kombinieren. Schön an die gegessenen, damit sie wieder voll sind. Und weiter geht's. Weiter geht's im Spiel. Der kann einen Schlüssel. So, an die... Soll ich jetzt eben warten, oder? Nö, du kannst mit Wunder zocken. Ob ich fünf liegen weg bin, oder nicht? Das macht ja... Das ist ein Unterschied. Ein Schlüssel. Der erste Schloss im Spiel. Möchten Sie den Hernau-Schlüssel nehmen? Ja. Natürlich. Wer so viele Türen mit Schlüssel öffnen können, fragt sich natürlich erstmal, was ist das für ein Schlüssel? So. Eine Rüstung ist antrabiert. So meine Freunde. So Freunde. Das war's auch schon wieder von... ... unserer zweiten Sendung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und... ... und... ... wenn's euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden, empfiehlt und so weiter. Und... ... schau ihn wieder an. Das heißt... ... Browserbird, let's play Resident Evil!